Es war noch nie einfacher, eine Wandfarbe auszuwählen. Mit der Duolux Visualizer App können Sie mit Farbideen spielen, um den perfekten Farbton zu finden. Oder Sie holen sich Tipps von Ihren Freunden. Wenn Sie die App im Live-Modus nutzen, sehen Sie sofort, wie die neuen Farben wirken. Sie können von dem Raum, den Sie streichen wollen, auch ein Foto- oder Panoramavideo aufnehmen. Probieren Sie mit einem Klick so viele Farben und Kombinationen aus, wie Sie möchten. Sie können sich nicht entscheiden? Teilen Sie Ihre Favoriten mit Freunden und fragen Sie sie nach Ihrer Meinung. Ihre Freunde können sogar eigene Farben ausprobieren und Vorschläge zurückschicken. Mit dem Farbwähler können Sie sich überall inspirieren lassen. Markieren Sie einfach eine Farbe, die Ihnen gefällt und die App findet sofort die passende Wandfarbe. Der Duolux Visualizer – so macht Farben aussuchen Spaß. Das ist auch eine Farbe zum Anfang. wonderie Untertitelung des ZDF für funk, 2017